zusammen heute geht es mit dem toyota 86 gt zur asien meisterschaft hier bei grondos mo7 so sind die einstellungen also 692 lp insgesamt mit turbo anstatt kompensator wir haben auch schon die abschneide empfohlen des 600 müsste also an sich ganz gut klappen wir werden das gleich testen doch gleich mal los tokyo expressway drei runden sind es so sieht schon cool aus ja ist klar scheiße ich stehe hier einmal hin zum gruppen so und jetzt war auch schwarz und jetzt war es losklar war irgendwie besoffener hier nein, ich habe nichts gedrungen vielleicht ist das ja das Problem klar, links, rechts macht er hier auch schon wieder dich dann ist ganz schön hartnäckig hmm 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 das erste rennen erledigt ich fand das ganz interessant und äh deswegen gibt es hier jetzt ein replay ich genieße es und ich melde mich danach wieder zum zweiten Rennen und bis gleich und bis gleich die und dann diese nach dem die 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020